So als erstes bemalen wir uns mal ein paar Tontöpfe. Ich habe die vorher schon mit ein bisschen weiß grundiert. Finde ich schöner. Befragt mich doch mal in allen Ernstes. Hast du überhaupt pink? Ne. Farben könnt ihr aussuchen die ihr wollt. Ich mache jetzt hier mal so ein bisschen mintgrün. Mich hat schon mal jemand gefragt, ja ich nutze immer Acrylfarben. Meistens jensfalls. Ob man die danach nochmal extra versiegeln muss. Meine halten immer wie Bombe, aber wenn ihr auf ganz Nummer sicher gehen wollt und da draußen hinstellt, macht einfach ein bisschen Klarlack drüber und dann ist das auch schick. Der Vorteil ist bei den Temperaturen, da trocknet alles so schnell. Glaubt man ja nicht. So diese Sommerfarben sind ja was geflottet. Ich liebe das. Wie gesagt, nehmt euch einfach ein paar Tontöpfe, ansonsten kauft ihr ein paar. Die kosten unter einem Euro. Also. Und dann malt ihr euch die erst mal farbig ein. Hier mache ich noch ein bisschen Struktur. Einfach einen Schwamm nehmen. Ihr könnt einen ganz normalen Küchenschwamm nehmen. Und dann vertupft eure Farbe ganz normal da drauf. Und so kriegt der Pottenklee ein bisschen Struktur. Simpel, wa? So könnt ihr auch schöne Farbverläufe machen, wenn ihr denn möchtet. Ihr seht, einfach ein bisschen Rosé noch mit drin getupft. Diese wunderschönen Flusskiesel, wenn man die in der Nähe hat oder sonst nicht, kurfe ich mir einfach für einen Fünfer immer auf so eine ganze Platte beim Baumarkt. So, dann nehmt ihr eure schönen Flusskiesel und dann malt er sie an. Erstmal in den schönen Kaktusgrünen. Ihr könnt auch ein bisschen variieren. Ihr könnt auch ein bisschen Weiß mitzumachen, dann werden sie ein bisschen heller. Ihr könnt auch ein bisschen dunkler. Das macht er so, wie ihr möchtet. Erstmal. Ich pinsel immer erst, ich mache das so, ich pinsel erst immer eh eine Seite an. Lass das dann trocknen und dann wendig sie. Macht sich am besten. Dann habt ihr nicht so Fingerabdrücke und sonst geht mit drauf. Macht sich schöner. Ich hab auch einen kleinen, dicken Runje gefunden. Ja. Machen wir auch einen schönen von. Wenn man im Jatten so alles findet, wa? Die malt er auch ganz einfach grün an. Und dann brauchen wir nachher natürlich den Steinkleber, den Natursteinkleber. Da will ich dir noch ein paar aufeinandersetzen. So, und bei den helleren, könnt ihr schon mal so ein paar dunklere, kleine Highlights setzen. So, ganz simpel. So, ganz simpel. Das muss jetzt nicht so perfekt sein. Die Natur ist ja auch nicht perfekt und wir auch nicht. So, ich kann ruhig hier so ein bisschen. Umgekehrt, wa? Da sitzt da eben ein paar hellerer Akzenten drin. Ganz simpel. So. Unser ewig andauernden Kakteen. Mein kleiner grüner Kaktus. So. Ist die Hitze. Ist die Hitze, Leute. Ist die Hitze. So. Darauf schieben wir jetzt alles. So. Aber so ein bisschen rumgepinselt, geht immer, wa? Was treibt ihr denn so bei der Hitze? Alle draußen am Wasser. Alle draußen am Wasser. Ah, das ist ja wohl nicht. So. 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 Habt ihr alle schön den Blutmond gesehen. Der war cool, wa? Der war den Vollmond. So. 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 Wenn die mir ewig halten, dann wüsse ich auch nicht. So. So, nachher werde ich gleich den Liebsten nochmal besuchen fahren. Finde ich, die hört sich ja auch so. Jetzt sind so kleine Kakteenblüten. So, wir werden die Kakteenzauberer-Blütenerin, nimmt irgendwas spitze, geht auch in Pinselstiel oder sonst etwas, und dann zaubert das auch so ein paar kleine Punkte hier. Je nachdem, wie groß eure Blüten sein sollen. Natürlich müssen die rosa sein. Wie gesagt, macht sich besser als wie immer mit einem Pinsel. Aber tut auch ein Rückteil vom Schaschlik-Spieß zum Beispiel. Oder nimmt einen Zahnstocher. So, dann könnt ihr in der Mitte noch mit ein bisschen Gelb. Oh, nicht so viel. Seht ihr, wa? So, dann nehmen wir unseren wunderschönen runden Kaktus. Und dann unseren Natursteinkkleber. Und dann setzen wir eben erstmal eine kleine Blüte auf. Oh ja. Diese. Macht ihr hier Kleber ran. So. Dann kurz festdrücken. So. Dann haben wir einen runden Kaktus. Das wäre meine kleinen Mini-Blüten. So, ihr Hase, ich habe da ein bisschen Glitzer drüber gemacht. Logisch. Natürlich wieder, wa? Mit diesem Natursteinkkleber schön zusammengeklebt. Hält wie Bombe. Setzt ihr jetzt in eure Töpfchenring. So habt ihr zeitlos schöne Kakteen. Guckt mal das, was ich vorhin bemalt habe. Diese kleinen Blüten. Niedlich, wa? Ja. Trappiert ihr jetzt auch so ein bisschen in eure Blümentöpfchen drin. Kiek, bei ja ich zwei Euro hier setzt. Müsste hier eigentlich auch noch beglitzern, wa? So, und jetzt setzt ihr die Einweikapp von hinten, die hat hier natürlich auch noch ein bisschen bemalt, setzt einfach die wunderschönen Kaktin hier drin. Könnt ihr auch nur Steine im Top machen. Das überlasse ich euch. Das heißt es euch natürlich gleich von vorne. Hier kann großer drin. So. Ihr könnt auch so voller drin sitzen. Gibt euch beliebt, wie ihr Lust habt. Und jetzt sind sie hier vorne noch drin. Ich zeige euch die jetzt von vorne. So ihr Lieben. Schaut da mal. Was das für eine fetzige Gartendeko ist. So einfach gemacht. So simpel. Und macht so viel Spaß. Wie ihr sagt, mit den Naturstellenklebern könnt ihr da Blütenruf kleben oder sonst jetzt oder so zusammenkleben. Ich finde das so fetzig. So mal ein kleines schönes Geschenk, wa? So mit zu dem offene Jackenparty. Wer will, kann ja da noch ein kleines Teelichtchen drinstellen. Kann ja auch noch mit passieren. Mir hat es wieder riesen Spaß gemacht. Für alle Kakteen-Fans. Muss. Genießt den wunderschönen Abend. Wir sind immer noch. Irgendwie ist die 19 Uhr, 31 Grad. Boah. Gibt mal da, meine schöne Dibelle. Katja. Katja Haras. Ah, Drahtjob. Passt sehr schön dazu. Habt ihr immer viel Spaß beim Nachbasteln. Könnt ihr mal in meiner Facebook-Gruppe, könnt ihr mir ja mal zeigen. Aber auch solche schönen Kakteen und was ihr für verrückte Kakteen gebastelt habt. Und dann schmilzt mir nie weg. Aber wie ihr sagt, wir haben ja schon bald August. Weil wir wissen, wie lange das noch so schön warm ist. Kommt gut durch den Abend, Freunde. Kommt gut durch den Abend, Kommt gut durch den Abend.